Eine Frage, die sicherlich irgendwann mal alle Sportler beschäftigt. Was mache ich eigentlich nach einer Verletzung? Trainiere ich damit? Wann fange ich wieder an? Ganz schön schwierige Frage, weil sie natürlich immer sehr individuell auch vom Verletzungsgrad abhängt, aber natürlich auch vom Ziel, welches man so hat. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich der anschließende Sport die Heilungsprozesse des Körpers nicht beeinflussen darf. Heißt es vielleicht dann doch Schonung? Ne, würde ich auch sagen, Schonung kann es auch nicht sein. Denn oft ist es dadurch, dass man Sport treibt, leichte Bewegungsmöglichkeiten wirklich ausnutzt, die beste Alternative, weil man damit bestimmte Heilungsprozesse, Stoffwechselprozesse einfach aktiviert. Doch fangen wir erstmal ganz von vorne an. Taucht eine Verletzung auf, zum Beispiel mal eine Muskelzerrung oder Muskelfaserriss beispielsweise, dann ist es natürlich besser, wenn man erstmal nach der Pechregel agiert. Pause, Eis, Compression hochlagern. Das heißt so zwei, drei, vier Tage dem Organ ruhig mal Pause gibt, bevor man dann ruhig und langsam wieder sich so langsam eingruft in ein neues aktives Leben. Warum diese Pause? Um zunächst erstmal der Entzündung, Entzündung ist nämlich immer Heilung, ein bisschen Raum und Platz zu geben, weil Entzündung heißt, dort ist das Immunsystem aktiv, Frisches kommt rein, Altes wird abgebaut, es wird also repariert. Und dafür hilft so ein bisschen Pause, gerade in der Anfangsphase. Auf der anderen Seite ist natürlich, immer dann, wenn man Schonung betreibt, der Stoffwechsel, die Stoffwechselsituation deutlich reduziert und auch das beschränkt die Heilung. Heißt also, je früher ich dann nach drei, vier Tagen wieder mit dem Sport anfange, mit leichter körperlicher Aktivität, je nachdem, welche Struktur ich habe, umso mehr hilft man dem Körper eben bei der Heilung. Ein Beispiel. Habe ich ein Muskelfaserriss in der Wade? Kann ich doch durchaus aufs Fahrradergometer gehen und treten vielleicht viel mehr aus dem Oberschenkel heraus. Oder ich mache viel körperliche Trainingsübungen mit dem einen Körpergewicht beispielsweise und schalte dabei einfach die Wadenmuskulatur ein wenig bei der Auswahl der Übungen aus. Es ist also vieles möglich, aber alles hilft, der Aktivierung des Stoffwechsels. Und oft ist gerade ein Ausdauertraining in der Anfangsphase bei muskulären Verletzungen so nach fünf bis sieben Tagen eine wunderbare Methode, den Stoffwechsel hochzufahren und damit alle Prozesse der Heilung zu beschleunigen. Einige Tage später hilft es dann, leichte Dehnreize zu setzen. Warum leichte Dehnreize? Weil diese nämlich der neuen Struktur. Das heißt, das Loch ist ja jetzt zum Beispiel geflickt oder repariert, wenn es denn eins war. Orientierung zu geben. Durch den Zug der Dehnung erfährt das Gewebe, aha, in diese Richtung muss ich also wachsen, richtet sich danach aus und dementsprechend ist es nicht ein unkontrolliertes Narbengewebe. Nein, es ist funktionales, funktionierendes Gewebe und damit wird die Heilung durch leichte körperliche Aktivität auch hier beschleunigt. Also die wichtigste Botschaft ist, Schonung ist in der Regel nur ganz kurzfristig eine Alternative, insbesondere um so die ersten enzytlichen Reaktionen ablaufen zu lassen. Dann sollte man nach drei bis fünf Tagen langsam wieder zu leichter körperlicher Aktivität übergehen und insbesondere auch, wenn die Verletzung nicht ganz so schwer ist, nach sieben Tagen beginnen, Dehnreize zu setzen, leichte körperliche Reize insgesamt auch auf die Struktur schon möglicherweise zu setzen, um das Wachstum, den Heilungsprozess zu optimieren. Bei größeren Verletzungen natürlich kann es etwas länger dauern, aber Schonung ist immer die falsche Wahl. Eine Ausnahme ist natürlich bei jenen Sportlern zu betrachten, die eine Überlastungsverletzung haben. Klassisches Sportler-Burnout ist ja der Ermüdungsbruch beispielsweise. Hier wurde übertrieben, hier wurde die Regenerationszeit nicht eingehalten, die Reparatur eben nicht möglich gemacht und dann geht Gewebe kaputt. Hier heißt es natürlich Schonung. Aber auch hier kann man sich überlegen, wenn man wirklich Training weiter forcieren müsste, diese Struktur, die betroffen ist, muss natürlich geschont werden und gerade bei Knochen oder auch bei Braditrophen, in anderem Gewebe wie Sehnen, weiß man, die brauchen etwas länger in der Heilung, ist es immer möglich, zum Beispiel über den Oberkörper zu arbeiten, wenn das Problem eben in den Beinen war. Heißt also auch hier immer leichte Aktivierung, aber die Struktur, die betroffen war, muss gerade durch Überlastung bedingte Verletzungsmechanismen einfach doch richtig reduziert werden. Am besten macht man dann doch da eine Pause.